Willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal ganz klassisch was nachkommentiertes. Im Hintergrund gibt es wahrscheinlich ein bisschen Sniper-Gameplay, was ich irgendwann mal in einem Stream erspielt habe und gespeichert habe. Und gehört wahrscheinlich schon an meiner Stimme, ich bin komplett krank. Ich bin nach der Gamescom einfach komplett krank geworden, Erkältung geholt. Ich denke, der wenige Schlaf auf der Gamescom, die vielen Leute in den Hallen und so weiter, haben irgendwie zusammengewirkt und ich bin krank geworden. Vielleicht habe ich mich auch an Max, an Aimbrot angesteckt, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich liege komplett flach. Es geht langsam wieder bergauf. Ich denke, an meiner Stimme hört man allerdings, ich bin immer noch ziemlich krank. Und deswegen wird es jetzt in der nächsten Zeit erstmal weniger Videos geben oder keine Videos geben und auch keine Streams. Ich will mich ein bisschen schonen, denn es steht ja schon nächste Woche die COD XP an. Die Call of Duty XP ist eben dieses Event, wo der Multiplayer von Call of Duty Infinite Warfare vorgestellt wird. Die findet statt oder das Event, das findet statt vom 2. bis zum 4. September. Und dort bin ich auch mit dabei und will halt topfit sein, damit ich Videos machen kann für euch, euch über Sachen informieren kann und so weiter. Von daher hoffe ich, dass ihr mir nicht übel nehmt, dass ich jetzt davor nochmal ein bisschen langsamer mache und mich eben schon. Es ist so, dass ihr mir gerne auf Twitter folgen könnt. Da werde ich auch immer informieren, was Sache ist in den nächsten Tagen. Da habe ich auch schon getweetet, dass ich krank bin. Das heißt, viele von euch wissen wahrscheinlich schon, dass ich krank bin. Ich weiß aber, dass einige nur auf YouTube abonniert haben, meinen Twitter-Kanal nicht oder mein Twitter-Profil nicht folgen. Deswegen nicht Bescheid wissen. Deswegen wollte ich das Video einfach mal machen. Ist ja doch irgendwie ein bisschen doof, sage ich mal, wenn einfach einige Tage lang kein Video kommt. Und deswegen jetzt hier dieses kleine Informationsvideo sozusagen. Wenn wir schon bei einem Video sind, dann denke ich, können wir das vielleicht auch gleich nutzen. Und zwar ist es so, dass ich hier eben Call of Duty Infinite Warfare auch anspielen kann in LA vom 2. bis zum 4. September auf der CodXP. Und deswegen habe ich mir gedacht, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt, über was ihr gerne mehr wissen wollt. Das heißt, was soll ich irgendwie ganz genau anschauen, über was soll ich berichten, was interessiert euch sehr stark am Multiplayer von IW? Okay, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Diese Sachen werde ich dann ganz genau anschauen. Wenn ich dann spielen kann, werde ich dazu Videos machen. Und ich denke, so kann ich euch dann ganz, ganz gut informieren über die verschiedenen Sachen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Von daher, schreibt gerne einfach was in die Kommentare. Und seid mir bitte nicht böse, dass ich jetzt ein bisschen langsamer mache in den nächsten Tagen. Der Stream am Freitag fällt auf jeden Fall auch aus. Lange Sprechen ist einfach nicht drin im Moment. Und auch jetzt dieses Video mit den, keine Ahnung, 3 Minuten ist schon anstrengend. Von daher, geht einfach im Moment nicht mehr. Seid mir da nicht böse. Ansonsten war es das dann mit dem kleinen Informationsvideo. Ich hoffe, man konnte mich einigermaßen anhören. Und ja, das war es von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Video, das hoffentlich bald kommt. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.